BAYERN 3 WETTER Das Wetter um eine Minute vor elf. Wir schauen zunächst einmal dort, wo die Rekorde gebrochen werden und purzeln. Denn der Monat Mai war in Süd- und Mittelengland der wärmste seit 150 Jahren. Nach der meteorologischen Statistik betrug die Durchschnittstemperatur 16,5 Grad. Da können wir ja bloß lachen. Gleichzeitig war der Wornemonat dort einer der sonnigsten und trockensten überhaupt. Erst in den letzten Tagen haben Gewitter und schwere Regenschauer die lange Sonnenperiode unterbrochen. Die Hitzeaufläufer reichen teilweise bis Schottland, wo Mitte des Monats in Edinburgh 30 Grad im Schatten gemessen wurden. Rekorde dort und hierzulande? Auch schönes Wetter. Aus dem Süden allerdings kommt nun langsam feuchte Luft auf uns zu. Aber auch die dicksten Regentropfen, sie machen im Laufe des Tages heute wieder schlapp. Also es wird warm bleiben, allerdings auch ein bisschen schwül. Morgen auch schönes Wetter mit hohen Temperaturen bis zu 25 Grad. In der zweiten Wochenhälfte als Ausblick, da treibt die Wärme langsam aus Bayern raus. Die Tagestemperaturen sinken dann auf unter 20 Grad. Die Schwimmbäder, ja da ist wieder ein bisschen mehr Platz, genauso wie in den Biergärten. Aber es bleibt dabei, zunächst sind wir bei 25 Grad. Es ist gleich 11 Uhr. Bayern 3. Info. Sparpläne für das Gesundheitswesen spätestens Ende Juni. Ex-Kanzleramtsminister Stavenhagen gestorben. Waffenstillstand für Bosnien-Herzegowina bestätigt. Nachrichten mit Peter Veith. Kostendämpfung. Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer von der CSU will spätestens Ende Juni mitteilen, wie im Gesundheitswesen die Kosten gedämpft werden sollen. Nach den Worten seiner engen Mitarbeiterin könnte sich der Minister allerdings auch schon in dieser oder der nächsten Woche äußern. In der Berliner Zeitung heißt es heute, Bonn plane eine drastische Erhöhung der Selbstbeteiligung von Patienten im Krankheitsfall und will außerdem Arzthonorare und Klinikkosten für zwei Jahre einfrieren. Todesfall. Der CDU-Politiker Lutz Stavenhagen ist in der vergangenen Nacht gestorben. Der 52-Jährige erlag den Folgen einer Lungenentzündung. Stavenhagen war bis Dezember 1991 Staatsminister im Kanzleramt und damit auch der Koordinator für die Geheimdienste. Nach dem Bekanntwerden mehrerer Skandale, unter anderem im Bundesnachrichtendienst, gab er sein Amt auf. Waffenstillstand. In Bosnien-Herzegowina soll heute Abend um 18 Uhr ein Waffenstillstand in Kraft treten. Dem Innenministerium in Sarajevo zufolge haben Moslems, Serben und Kroaten der Vereinbarung zugestimmt. Es handelt sich um die siebte Feuerpause seit Ausbruch des Bürgerkriegs. Die bisherigen Abkommen hielten meist nur wenige Stunden. UN-Sanktionen. Die am Wochenende von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen gegen Serbien und Montenegro beginnen zu wirken. In den beiden Republiken, die das sogenannte Restjugoslawien bilden, ist seit heute das Benzin rationiert. An den Tankstellen gibt es lediglich 12 Liter Treibstoff pro Auto. Ausländer dürfen nur noch dann tanken, wenn sie mit Devisen bezahlen. Weitgehend zum Erliegen gekommen ist auch der Flugverkehr von und nach Jugoslawien. Außerdem beginnen zahlreiche Staaten damit, serbische und montenegrinische Vermögenswerte zu sperren. Unwetter. Schwere Gewitter mit heftigen Regenfällen haben am Vormittag im Großraum Paris zu Überschwemmungen, Stromausfällen und Verkehrschaos geführt. Besonders betroffen war die Region nördlich der französischen Hauptstadt. Dort mussten zahlreiche Häuser geräumt werden. Auf den Champs-Élysées, der bekannten Einkaufsstraße im Zentrum, fiel fast sechs Stunden lang der Strom aus. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, ist bisher nicht bekannt. Die Sachschäden lassen sich noch nicht abschätzen. Das waren Bayern 3 Nachrichten, Redaktion Kurt Brauns. Das Wetter zunächst noch heiter, später Regen, Höchsttemperaturen bis 25 Grad. Bayern 3 meldet Autobahn Deggendorf-München A92 und die Nordumfahrung München A99 und A92 vor Oberschleißheim Stauungen jeweils auf den Abbiegespuren in Richtung Stuttgart. Fürstenfeldbruck-Oberschleißheim, das ist die Bundesstraße 471, zwischen Dachau-Mitte und der Auffahrt zur A92 München-Deggendorf. Sechs Kilometer zähfließender Verkehr mit Stauungen. München-Garmisch, Bundesstraße 2, zwischen Oberau und Farchan, zähfließender Verkehr mit Stauungen in Richtung Garmisch. Und hier noch die Wartezeiten an den Grenzen bei der Einreise für LKW. Passau-Suben Autobahn, 45 Minuten, Schirnding, acht Kilometer LKW-Stau. Bayern 3, Bayern 3 am Vormittag mit Christoph Däumling.